Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Zapp Budokai Tenkaichi 3. Im letzten Part haben wir die Dragon Ball Classic Story gemacht und jetzt sind wir bei den Special Saga angekommen. Bei den What Ifs bzw. Filmen. Und jetzt kämpfen wir mit dem Stärksten gegen den Stärksten. Genau. Also, ich habe gesehen, das hat nur drei Kämpfe, also wir werden heute relativ schnell fertig. Oh, was? Na warte, Kula. Sweep the leg. Ja, und zack. Schön das Bein weggezogen. Kula sieht nicht so gut aus wie dich, ha? Was ist denn los? Du schwächelst. Meteor smash. Oh, hell no. Hä? Was war denn das? Ich bin nicht so schwach wie mein kleiner Bruder. Na warte. Hallo? Hör mal auf zu spammen. Oh, nein. Greift er mich jetzt? Ne, das macht er nicht. Okay, Meteor crash. Achso, wie du die Kaioken abklatschst. Okay. Ein bisschen sehr schade. Ja, wir haben auch noch eine Transformation. Oh, oh. Oh, damn. Oh, oh. Jetzt ist Kula böse. Jawoll. Natürlich gewinnen wir den Clash gegen Kula. Denn egal wie cool du bist, Kula ist Kula. Take the Spirit Bomb. Oh, das hat voll Damage gemacht. Ich bin hier drüben. Komm mal ran. Ja. Oh, ich bin hinter dir. Oh, sorry. Oh, das tut mir aber leid. Kamehameha. Oh, wir sind der Goku von Namek. Oh, nein. Muss ich mich selber transformieren? Dann geht nicht. Okay. Wow. Oh, ich dachte, das wäre noch Sequenz. Du bist zu stark. Für Krillin, für Piccolo und für Gohan werde ich das gewinnen. Kamehameha. Oh, hell no. Oh, damn it. Siehst du, Kinesi, du bist auch ein Pokémon? Was bist du, Mewtwo 2.0? Es reicht. Was hast du gedacht, Kula, hä? Du hättest mich nicht sauer machen sollen. Nein, noch ein Pokémon-Angriff? Nein. Okay. Ich konnte nicht dodgen. Ich wollte aufhören nämlich Key. Na. Na, warte. Meteor Crash, jetzt geht's auch zum All. Ja. Nimm das. Ja. Na, wie schmeckt dir das? Dein Bruder hat's auch geschmeckt. Ja. Das ist nicht impossible. Du hättest mich nie sauer machen sollen. Und dasselbe nochmal. Nimm das. Ja. Ja. Da konnte Frieza auch nichts gegen machen. Und du bist wesentlich grausamer als dein Bruder. Es reicht. Ich bin jetzt sauer. Kamehameha. Du hast Glück gehabt. Wollte ich nicht mehr aktivieren, aber okay. Hallo? Ein Death Beam? Den habe ich schon zu Genüge gesehen. Haha. Ha. Du hast keine Chance, Kula. Ich werde jeden Angriff dodgen. You ask for it. Ah. Nein, 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 nein. Jetzt reicht's mir aber. Nimm das. Angry Kamehameha. Na. Ich warte die ganze Zeit, dass er sich nochmal portet. Was soll das werden? Now I'm really, really mad. Du glaubst ja nicht wirklich, dass du den Crash gewinnst und jetzt stirb. Geh zu Frieza. Ja. Ja. Geschafft. Cooler besiegt. Der Stärkste gegen den Stärksten und der Stärkste hat gewonnen. Sehr gut. Okay, alles klar. Jetzt sagt er hier, dass wir die Special Saga abgeschlossen haben. Wir kennen das Ganze ja schon, aber haben wir ja gar nicht. Denn wir müssen heute den Part tatsächlich kurz halten, weil dieser Part ist tatsächlich der letzte Budokai Tenkaichi 3 Part. Denn ihr müsst bedenken, dass wir danach im Budokai Tenkaichi 4 Content reinschauen und diesmal auch offiziell. Quasi. Also offiziell. Laut Titel. Und jetzt kämpfen wir mit Gohan gegen C18 und C17. Und ich hoffe, wir gewinnen das. Ich bin glücklich, dass du gekommen bist. Ja, das ist perfekt. Du kannst unser TIE-Breaker sein. Der erste, der ihn zu töten, gewinnt. Es ist plötzlicher Tod. Keine TIEs. Okay, also wir müssen jetzt die Androids besiegen. Oh Gott. Hä, wie soll das möglich sein? Hallo? Was soll das werden? Hallo, ich kann mich nicht wehren. Ist das schon was? Das wird um Original zu gewissen. Ich habe keine Ahnung. Ey, was ist das? Ich weiß nur, dass ich halt gar keine Chance habe. Hä? Hallo? Die töten mich einfach. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Wie soll denn das was werden, ey? Also schön, dass die mir die Damage schenken da, aber... Aber ich kann nichts machen. Soll er mich so dominieren? Ja. Scheinbar schon. Oh mein Gott. What the hell? Ja, das soll passieren. Hä, und jetzt? Oh mein Gott, hä? Hä? Woah, what? Oh shit. With his mentor Gohan gone, Trunks set out to face the androids on his own. Okay. Okay. Androids, you will finally pay today. This is for Gohan. What the fuck, warum sind die so laut auf einmal? Oh oh. What am I up against? This is insane. Hallo? Wow. Alter, ich hab halt gar keine Chance auch. Die sind halt zu stark. Ja. Nenn das! Blazing Storm. Ich weiß eigentlich, ob ich die... Ah, okay. Ich weiß eigentlich, ob ich die... Always doing things the hard way. We got under your skin somehow, didn't we, kid? He's no fun anymore. What do you say with this killing? Oh, ich hab keine Chance. Die sind einfach zu stark. Ah, nein, ah, ah, nein, er auf. Ah! Gohan, nein. Ich darf nicht auch sterben. Der schützt an die Zukunft. Ah! You monsters! You can't get away with this! Nein! Ah! Ah! Aber ich kann auch kein Schaden gegen die machen. Nein! Ah! Burning attack! Ich kann halt nur hoffen. Burning hard! Ah! Ah! Burning hard! It's over! Finish it, sein! Nichts da! Ich nimm das! Hitzekörperangriff! Oh, doch nicht. Ist der Angriff, okay. Damit hab ich nicht gerechnet. Oh, oh. Wait! Let me do this one. Ah! Einfach besiegt, what? Was jetzt? Hä? History of Trunks. Also, hä? Lässt man einfach... Hä? Okay. Das ist einfach mal was, wo wir verloren haben. What the hell? Okay. Trunks ist tot. Wir haben verloren. Das war's. Okay, so. Das ist Budokai Tecai C4 und hier gehen wir in Fusion Reborn rein. Gokum Vegeta. Gegen Janemba. Janemba, 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 Janemba. Let's go. Okay, Janemba, lass uns kämpfen. Mein absoluter Lieblingsfilm. Take this! Oh mein Gott, der fängt direkt so an. Oh mein Gott, Janemba, hör auf! Das ist kein Spiel! Alter, was macht der? Hey, Janemba ist richtig lost. Hey, was macht der? Was ist sein Plan? Janemba, was machst du? Hey, er läuft einfach nur her und her. Hä? Er ist einfach so eine Wanne in die Zielscheibe. Was wird das Janemba? Was war das? Sollte das ein Angriff werden? Ich weiß ja nicht. Okay. Was ist mein Angriff? Was ist mein Angriff? Instant Kamehameha. Okay, Instant Kamehameha! Nimm das! Was? Ich weiß nicht, was Janemba macht. Ich weiß nicht, ob der mich trollen will oder was sein Plan ist, aber er verwirrt mich auf jeden Fall. Alter, was ist los mit dir? Strenge dich doch mal an. Instant Kamehameha! Mystic Breath? Yo, chill mal. Nee, ich dachte, der kriegt das jetzt schnell genug noch raus. Was soll er denn machen? Soll er mich eigentlich schlagen? Soll er mir Schaden machen? Soll ich ihm Schaden machen? Ich check's ja nicht. Ich spiel grad einfach nur mit dem Pingpong. Sollte er mich eigentlich runterhauen auf irgendeinem Level? Ich check's halt nicht. Aua. Aber vielleicht jetzt? Oh, 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 oh. Hallo? Was ist denn jetzt mit ihm los? Ey, er macht einfach den Dragon Ball Fighters. Ah, okay, ich sollte Schaden nehmen. Ich hätte jetzt quasi auch töten können. Wow. Wow. Ah, wir wollen ja die ganze Story sehen. Oh, oh, hä? Okay, stirbt schon immer. War's das jetzt? Hä? Das frage ich mich gerade allerdings auch. Hä? Was war das für ein Kampf? Äh. Was war das? Das kann ich so nicht stehen lassen, Leute. Also wirklich nicht. Das kann doch nicht sein. Hä? Da gehen wir jetzt nochmal rein. Das kann nicht sein. What the fuck? Also wirklich gar nicht. Das kann nicht sein. So. Also ja, er hat viel HP, aber... Ach so, wenn ich mich fernhalte von ihm, dann kann er mir gar keinen Schaden machen, oder was? Wir geben ihm jetzt einfach mal eine Chance. Wir holen ihn ein bisschen runter und dann geben wir ihm die Chance. Warum macht der Rapid Cannon? Der Angriff ist nicht mal nützlich. Ja, okay. Nimm halt die Taste nicht an. Ist okay. Jetzt haben wir aber schon direkt den Dialog. Sehr gut. Kann ich nimm das mal ab, KMH. Keine Chance. Hahaha. Was ist los, hä? Oh. Wow. Oh nein. Oh nein, er macht Fahrgezieher. Nehmen wir. Tor. Ne. Komm mal ran. Wieder der Beam Clash. Er will es wieder. Er will es wieder verlieren. Er will es wieder verlieren. Tschüss. It's over already. Also wir können ihn wirklich schritte holen, so. Also ich lasse mich jetzt mal hier ein bisschen punchen, links, rechts. Du hörst sofort auf zu klappen. Wieso klappst du, hä? Oh, hell no. Nicht der verrückte Zier. Und jetzt? Ja. Ja. Und jetzt? Musst du jetzt noch ein bisschen warten, oder? Ich will hier einen ordentlichen Kampf. Nein, hör auf. Möchte das nicht. Er nimmt es wieder nicht. Oh. Oh yeah. Super Saiyan free. Take this. Oh mein Gott. Jetzt war hier zu viel Schaden. Oh nein, jetzt mach ich sogar Schaden. Oh mein Gott. Oh nein. Also das Ding ist ja jetzt halt fast tot, ne? Ja, komm, ich lass mich treffen. Hä, das... Hallo? Kannst du auch Schaden machen? Hallo? Janember, Janember, Janember. Komm, mach ernst. Was ist los mit dir? Ich fühle mich unterfordert. Hör auf. Oh, du bist ja voll der Fußball. Ja, los. Komm her. Oh, sorry. Oh oh. Nein, was soll ich da tun? Hä? Hä, und jetzt? Soll ich ihn so töten, oder wie? Ich gebe jetzt nur eine Chance. Ich gehe auf zwei Leisten runter und dann gucke ich mal, was passiert. Aber es kann sein, dass wir ihn töten müssen. Stirb. Ich habe genug gewartet. Oh, was? Okay. Komm, lass, treff mich. Okay, und jetzt stirb. Ich meine, der wird gerne nicht erledigt. Ich glaube, der stirbt aber wieder einfach nochmal. Ja, beim Film hat der Janember auch übel eine reingegeben als Super Saiyan 3 und dann kamen Dings. Ja, jetzt. Ja, geht doch. Jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Oh oh. Habe ich Leben wieder dazu gekriegt? Weil ich habe mich ja extra treffen lassen. Ansonsten, ja, Hard Mode. Aktiviert. Warum lachst du mich aus? Hä? Das mag ich gar nicht. Ja, wir haben jetzt wieder Leben. Super Explosion Wave. Ja, ein Even-Battle. Du bist aus deiner Babyform raus und machst ernst. Dann mache ich es jetzt auch. Komm her. Ich bin hier für ein Battle. Auf Augenhöhe. Komm her. Nach manchen Bord hat mir keiner mehr einen guten Fight geliefert und Vegeta hat seinen Körper noch nicht. Oder nicht mehr. Der wird. Oh. Oh, nicer Teleport. Komm mal. Hallo. Komm mal ran. Oh oh. Hallo. Nein. Don't shit. Das ist unfair. Okay, du bist ziemlich stark geworden. Ich merke schon. Oh oh. Damn it. Hey, geil. Dafür habe ich die Meteor Kombination drauf. Oh cool. Er hat die geile Fähigkeit drauf. Oh nice. Oh, den Move mag ich. Na, Jan Amber, wie sieht es aus? Tja, Baxform reicht wohl. Oh, verdammt. Ich hätte immer nicht so viel reden sollen. Komm mal wieder her. Lauf nicht weg. Ich habe ein paar Schläge für dich. Ja. Na, was ist los? Genkidama. Super Spill Bomb. Take this. I hope you can back someday. As a better person. Bye. Tschüss. Na, was ist los? Was ist denn los? Hier, take this. Another Spirit Bomb. Oh, schade. Needle Shower? Hi. Wir spielen nicht mit Nägeln. Hat dir das niemand erzählt? Vegeta, the Prince of All Saiyans, is here. You're going to defeat him? Yeah. Vegeta, how? I don't know how, and I don't care. But for some reason, I have a body again. Once I realized it, I came as fast as I could. Okay, take this. Oh, hell no. Oh, Gott. Ja, ich habe lange nicht mehr gekämpft. Du bist mein erster Kampf seit langem. Ich freue mich drauf. Nimm das. Du bist nicht zu dem Prinz der Saiyajins. Das reicht. Ähm. Okay, da vorweg. Ja, genau. Renn vor Eck vor dem Prinz. Das Saiyajins. Oh. Nein. Oh, Gott. Herr. Oh, nein. Nerv. Ah. Denkst du, dieser Angriff macht mich fertig? Wenn ja, dann hast du dich geschnitten. Und zwar gehöre ich's. Nimm das. Double Gallic Gun. Oh, ich glaube, das war zu viel. Ups. Entschuldigung. Bin abgerutscht. Raktascha-Claw? No, hell no. Oh, oh. Oh. Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh. Verdammt. Oh. Kakarot. Mir wär's mit Hilfe. Oh. Oh, nein. Oh. Wir haben echt verloren. Das gibt's ja nicht. Scheiße. Wir haben echt verloren. Ach, Mann, ey. Na gut, ich wusste nicht, ob ich ihn jetzt töten darf oder nicht. Das ist ja bei der Special Sage hier ein bisschen doof geregelt. Aber ich würde sagen, wir holen uns hier das Rematch. Wir holen uns jetzt das Rematch. So. Einmal Rematch Mode aktiviert. So. Battle Settings. Sets. Ich weiß nicht, ob ich gewinne. Aber wir werden das versuchen. Okay. Also. Dann. Wählen wir einmal. Achso, wir können ja keine Fusion hier wählen, ne? Ne. Dann müssen wir Gugeta so picken als Super Saiyan. So. Wo ist Janemba? Da. Jetzt gibt's das Rematch. Okay. Vegeta und Goku sind doch fusioniert. Lasst euch nichts einreden. Warum kämpfen wir nicht in der Hölle? Ich bin doof. Egal. Janemba hat sich in die Overworld geschrien. Und jetzt gibt's das Match. Oh Gott. Obwohl's gerade nicht so aussieht. Alter. Janemba fertig uns ab. Ganz geiles. Was wäre, wenn? Szenario. Hallo? Nervt doch gar nicht, dass er auf der Stelle ausweicht. Alter, warum lade ich so langsam? Ich werd nie fertig. Big Bang. Kamehameha. Ist schon abgefeuert. Sorry, Bro. Okay, wir müssen das da ein bisschen taktischer angehen. Denn er macht echt viel Schaden. Give up. Oha. Was war das denn? Der Angriff verfolgt einen zum Glück nicht. Oh, oh. Hilfe. Du hast keine Chance. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was da oben Muffer macht. Der trifft nicht. Okay. Macht's gut. Mach schön mit die Ohren ein. Ich hasse es. Au. Au. Aus der Distanz könnte er mich tatsächlich Rakasha-Klorn. Ohne Probleme. Aus dem Winkel auch. Lass mich in Ruhe. Oha. Wir haben ihn. Needle Light Shower. Oh Gott sei Dank ist er doof. Aber ich würde ihn gerne tatsächlich. Du kannst nichts tun. Ey. Als ob. Unfair. Unfair. Das gibt's ja nicht. Er ist halt auch viel schneller beim Aufladen als wir. Egal. Komm. Was? Hallo? Ich kann das nicht. Das ist unfair. Warum ist das kein normaler Clash? Das ist unfair. Was soll das? Warum? Ich verstehe das nicht. Ey. Das kann nicht sein. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Was soll denn der Scheiß? Das ist nicht canon. Alter. Meine Fresse. Was soll ich kennen? Was der da mit mir gemacht hat? Alter. Er steht sich aber auch in mich rein. Was soll das? 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 Das gibt's ja nicht. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er macht's schon wieder. Lass mich in Ruhe. Ich hab Angst. Ey. Der kann halt so schnell sein. Oder Kaschachlor aufladen. Das ist unnormal. Die. Panischer. Ach. Come on. Nein. Der Spielzeit sich umgedreht. Beziehungsweise du hast dich umgedreht. Nimm das. Ich hab Angst. Lass mich einfach in Ruhe. Ja. Chill mal. Okay. 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 So dann. Da fällt das Augen. Oh nein. What? Nimm das. So. Punisher. Nein. Hör doch auf. Du machst mein Cannon kaputt. Ich liege. Es reicht. I send you to the next world with this. Oh nein. Okay. Dann brechen wir einfach nur das Genick. So. Okay. Geschafft. Hä? Er sagt davon nichts. Egal. Dann würde ich sagen, das war's. Wenn's euch gefallen hat. Guck. Lass gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher Film von Dragon Ball Z oder auch Dragon Ball Super euer Lieblingsfilm ist. Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Budokai Tenkaichi 4. Als Modifikation. Viel Spaß. Bis dann und ciao, euer FireAlexa. Ciao.